. 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 Das ist «Botz-Musik», die Sendung für die Volksmusik mit Nicolas Senner. Guten Abend. Schön, dass Sie dabei sind, die Volksmusik. Heute Abend mit einem Gast. Er ist nicht als Musiker hier, sondern als Kenner und Experte des Schweizer Bruchtum und unserer Volksmusik. Manchmal wird er sogar als «Volklorepapst» bezeichnet. Martin Sebastian. Martin Sebastian ist der Verleger und Chefredaktor der Folklore-Zeitschrift «Alperose». Ausserdem ist er mit dem Folklore-Ankaufswettbewerb jahrelang ein Förderer von jungen Musikanten gewesen. Neben seiner Arbeit als Journalist hat er sich auch einen Namen als Experte für Bruchtum und Volksmusik gemacht. Also Folklore begeistert mich, fasziniert mich, zieht mich auf eine Art an. Und ich möchte sie kennenlernen von innen und aussen. Ich bin ein Machertyp und bin überglücklich, wenn ein neues Projekt steht. Und wenn man etwas verwirklichen kann, das dann auch weitergeht, wenn ich mal nicht mehr da bin. Und hier ist er herzlich willkommen bei Martin Sebastian. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Herzlich willkommen für die Teilhardung. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Schön, dass du hier ein Profi wie du. Bist du ein wenig nervös? Wenn du ein Wunschprogramm hast, darfst du zusammenstellen? Oder ist das für dich als alten Hass keine Sache? Es ist eine Riesenfreude, so etwas zu machen. Und es ist für mich ein Riesen-Ehr da zu sein. Vielen Dank für die Teilhardung. Dann geniessen wir's doch. Musik, die du ausgesucht hast, zum Anfang gleich mal mit den Knüsperli-Buben und Wildschmaus auf den Meglis-Alpen. Schroeven, die du ausgesucht hast. Musik, die du ausgesucht hast. Musik, die du ausgesucht hast. Musik 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 Applaus 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 Christian Dürküri, Kilian Rast und Thomas Sinnauen Applaus 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 Martin, du lebst die Volksmusik, du lebst die Volkskultur, selber machst du aber keine Musik? Nicht mehr. Früher habe ich sehr viel Musik gemacht, aber irgendwann habe ich nicht mehr alles nebeneinander durchgebracht und dann habe ich aufgehört, selber zu machen. Und befassen tust du dich aber wahrscheinlich fast jeden Tag, z.B. als Chefredaktor und Verleger von der Alpenrose. Ja, ich kann sagen, sieben Tage in der Woche bin ich irgendwie mit Folklore verbunden. Ich liebe das und ich gebe eigentlich alles, damit ich mich auch so gut wie möglich und etwas erreichen kann mit dem, was ich mache. Wenn man das alles so hört, denkt man, du bist einer, der in der Schweiz ewig gelebt hat, aber du bist einmal fast auf der ganzen Welt unterwegs gewesen. Ja, ich habe, als ich erwachsen wurde, das Gefühl hatte, jetzt muss ich die Welt sehen und mal sehen, wie es aussen ist. Und ich wollte wirklich fort, ich bin weit gereist, jahrelang in Afrika und wollte die Welt sehen und auch wissen, selber mein eigenes Leben, wie das ist, wenn man anders lebt. Und wie bist du wieder heimgekommen? Ja, irgendwie hat es mich dann wieder heimgezogen und ich hatte auch kein Geld mehr und musste wieder ein bisschen arbeiten damit reisen und dann hängen geblieben und habe mich dann immer mehr in diese Materie hineingeschaffen. Du hast in der Schweiz viele Projekte schon durchgeführt, du hast viele Stationen durchlebt und jetzt bist du in Schwellbrunn, heimisch warten, wie bist du hierher gekommen? Ja, das ist eine reine Bauchentscheidung. Also ich hatte keine Verwandte und keine Freunde bis dahin in Schwellbrunn, aber ich habe eine Veränderung gesucht von Zürich weg und ich konnte dann per Zufall dort hineingehen, ein Haus anschauen und bin dort raufgefahren und ich hatte das Gefühl, jetzt komme ich nach Hause. Es ist, wie wenn ich von einer Weltreise nach Hause komme und jetzt bin ich da und das Gefühl ist heute noch. Und weisst du auch, was das gelegen ist? Wieso, dass du dich dort einfach so wohl gefühlt hast? Nein, sachlich kann ich es nicht erklären. Es war ein reines Gefühl vom Bauch, ein Gefühl vom Herz und ich bin überglücklich, dass es so ist. Dann hören wir Musik, die genau zu diesem Thema passt, nämlich den Jodlerclub Luege Island und der Titel, gewünscht von Martin Sebastian, der trifft den Nagel auf den Kopf, meine Heimat. Ich bin schon längst in den Freunden und da müsse es nicht verlassen. Weil auf uns ein kleines Götchen nicht mehr auf die Götchen kann. Auf und fort zu fremden Leuten jetzt mit Reben gar so weit doch das Heide nach der Flühen ist mir bleibe auch in Zeit. und die 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 Unruhe, 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 unruhe. I der Frömm, die Hanni-Bäger, Fülle Läden und Menschen sind. Doch ein Sonnenliebige Heimat Findet man auch nie mehr. Drum zieht's mich nach meinen Bergen, nach meinem Alpenfattenguss. Möcht' noch wenig auf meinem Wäld blieb, jutz' ein über das Ländchen aus. Möcht' noch wenig auf meinem Wäld blieb, die hässlich sind. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ist der Übergang vom traditionellen Teil über das Mystische zum Unterhaltenden und dann zum Jazzigen. Eine ganze Geschichte musikalisch auf der Bühne dargestellt am 19. September in Önsingen in Sturoführung. Und wir bleiben gleich noch etwas bei der Blasmusik. Wir wechseln aber vom Alpern zu der Ninarmusik aus Cairns und Zispiellendöse. Gruß an Freudenberg. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Musik Lippe, die Blasmusik mit der Minamusik aus Kärns. Wenn man deine Laufbahn so anschaut, ein Projekt am anderen. Davon profitieren wir, ist der Folklore-Nachwuchswettbewerb. In welchem Zusammenhang stehst du zu diesem Wettbewerb? Das ist eigentlich mein Lebenswerk. Das ist etwas, das ich schon über 30 Jahre mache. Und wo ich eigentlich alles dringegeben habe, was ich überhaupt dringegeben konnte. Mich engagiert haben von 0 bis 5'000 Volt. Es war wirklich ein grosses Engagement. 30 Jahre war es ganz klein und wurde erst nachher zu einem grossen Wettbewerb. So wie es jetzt ist. Ich habe das gemacht und bin froh, dass ich das jetzt weitergeben kann. Denn ich möchte es weitergeben, solange es auf dem Top-Niveau ist. Und dass es so gut ist, wie es jetzt war. VsV, der Volksmusikverband und der Jodl-Verband werden das weiterführen. Und beim Nachwuchs ist es noch wichtig. Ich habe ihn auch in den Alperosen gefördert. Und da habe ich mal so einen Bub angetroffen, der Hacke gespielt hat. Den kennen wir ja. Den Nicolas Sen. Das war 2004, als ich ihn porträtiert habe. Noch niemand hat ihn gekannt. Und ich hatte einfach das Gefühl, dieser Junge wird mal etwas. Das war eine gute Wahl. Und wer weiss, vielleicht sieht man ja auch die jetzige Formation einmal auf der Titelseite der Alperosen. Auch Sie haben brilliert am Folklore-Nachwuchs-Webwerb. Und heute Abend singen Sie bei uns in der Altrüte, nämlich das Bubenquartett Dibi Dibi. Sie singen uns ein ganz traditionelles sennisches Zäuerli. Läu. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020